Einem jeden gefallen seine Kinder am besten. Von Peter Christen Asbjörnsen. Ein Schütz ging einmal in einen Wald. Da begegnete ihm die Bruchsschnepfe. Lieber Freund, schieß nicht meine Kinder, sagte die Schnepfe. Was sind denn das für welche, deine Kinder? fragte der Schütz. Die schönsten Kinder, die in den Wald gehen, sind meine, antwortete die Schnepfe. Ich will sie denn nicht schießen, sagte der Schütz. Als er aber zurückkehrte, hatte er ein ganzes Bündel junge Bruchsschnepfen, die er alle geschossen hatte, in der Hand. Au, au, warum hast du denn noch meine Kinder geschossen? sagte die Schnepfe. Waren diese denn deine? fragte der Schütz. Ich schoss die hässlichsten, die ich fand. Ach ja, antwortete die Schnepfe. Weißt du denn nicht, dass einem jeden seine Kinder am besten gefallen?